Die Grünen in Mülheim überkleben ihre eigenen Wahlsprüche auf den Wahlplakaten für die Europawahl und widersprechen damit dem Bundesparteitag, wo eben dies entschieden wurde, wie man sich zu verhalten hat. Wir gucken uns diesen Fall genau an. Er ist nämlich viel, viel tiefgründiger, als es auf den ersten Blick aussieht. Und damit Moin zusammen, mein Name ist Olli, für kritischen Content jetzt gerne ein Abo dalassen. Und wir wissen ja so langsam, hier auch bei mir in der Gegend hängen langsam die Wahlplakate. Und da kann ich gerne mal, schreibt das mal in die Kommentare, wenn ich was machen soll, für jede einzelne Partei so eine kleine Analyse machen der verschiedenen Wahlplakate, die sie aufgehangen hat. Und wenn wir uns nämlich jetzt das der Grünen angucken, ist das unter anderem dieses hier. Und das geht zurück auf die WAZ.de. Wahlplakat stieß ihnen auf. Mülheims Grüne üben Selbstzensur. Und hier bei diesem Plakat für Menschenrechte und Ordnung. Und die sind tatsächlich in Mülheim hingegangen und haben jedes einzelne Plakat hier ganz offensichtlich zu sehen, das und Ordnung überklebt. Und das noch nicht mal sauber, sodass man es ja sogar noch lesen kann. Also hier auch wieder mal Fachkräftemangel, wohin man nur sieht. Aber das ist eigentlich eine Straftat. Denn auch wenn das ihre eigenen Plakate sind, sollte das ja nicht so ein weiteres machbar sein. Ich habe mich ja ein bisschen zu eingelesen. Bei lto.de sehen wir das hier. Das ist der Autor der Dr. Lorenz Leitmeier. Das ist der Richter am Amtsgericht in München. Und er sagt ganz klar, Wahlplakate abhängen, überkleben oder zerstören ist kein Beitrag zum politischen Diskurs, sondern eine Sachbeschädigung oder sogar Diebstahl. Je nachdem, was man halt getan hat. Und von daher müsste hier jetzt eigentlich natürlich mal die Bundesgeschäftsstelle der Grünen aktiv werden und sagen, ja sorry, aber das geht doch so nicht. Denn wir haben uns doch auf dem Parteitag zu diesem Motto auch bekannt. Warum widersprecht ihr euch denn jetzt dem? Und wenn wir uns das Ganze hier angucken, zum Beispiel der Fokus berichtet darüber, Grüne überkleben eigenes Plakat, weil ihnen das Wort Ordnung nicht gefällt. Hier zum Beispiel bei Apollo wird das Ganze noch ein bisschen anders interpretiert. Wollen keine Ordnung in der Migration. Grüne zensieren ihr eigenes Wahlplakat, heißt es hier. Und wenn wir uns das angucken, für Menschenrechte und Ordnung, laut der Wahlslogan der Grünen für die Europawahl. Wohl weil Ordnung auf eine härtere Asylpolitik hindeuten könnte, haben Grüne die eigenen Plakate überklebt. Herr Leute, da weiß man schon, auch was draufsteht. Ist nicht drin. Das, was draufsteht, wird nie im Leben umgesetzt. Also wer was anderes geglaubt hat, der sagt halt, die Grünen, die sind für Ordnung, die sprechen sich für Ordnung aus. Wer die dann wählt, der bekommt dann halt das, was wir jetzt schon haben. Genau. So, und das Ganze, wie gesagt, geht zurück auf den Mühlheimer Kreisverband der Grünen. Und dann heißt es hier, für Menschenrechte und Ordnung seien nur noch für Menschenrechte übrig geblieben. Und zuvor hatte sich die Mehrheit der Partei, wie gerade eben gesagt schon, auf einem Parteitag, auch mit Hinblick auf die Asylpolitik, auf den Slogan geeinigt. Zitat, Steuerung, Ordnung und Rückführung gehören zur Realität eines Einwanderungslandes wie Deutschland dazu. Ja, und wie sehr das Ganze umgesetzt wird, das sehen wir ja nunmehr tagtäglich mit der Situation um die Fachkräfte. Also von daher passt es hinten und vorne einfach nicht zusammen. Wenn wir dazu in den Apollo-News-Artikel auch nochmal reingucken, haben die die wichtigen Sachen hier nochmal zusammengefasst. Das ist schon ganz interessant. Denn, Zitat heißt es von dem Kreisverband hier, Da muss man erstmal drauf kommen. Diese Assoziation hätte ich nie gezogen. Dies ist wirklich unfassbar. Also das sieht man wieder mal. Die suchen Probleme, wo gar keine existent sind. Und das ist typisch grün. Und dann geht es hier nämlich weiter. Und dann geht es hier nämlich weiter. Ordnung, wie in dem Europawahlprogramm der Grünen beschrieben, ist für eine Einwanderungsgesellschaft notwendig. So müssen wir unsere Einwanderungsgesellschaft gestalten. Dennoch seien die Menschenrechte das Gut, welches im Vordergrund zu stehen hat. Ja, aber es steht hier als erstes Wort da drauf. Es steht doch als erstes Wort schon da drauf. Oder als zweites hier für Menschenrechte und Ordnung. Wenn es jetzt in der anderen Reihenfolge wäre, könnte man ja vielleicht nochmal darüber diskutieren. Fände ich jetzt auch nicht angebracht. Aber dennoch. Also ich finde es absolut übertrieben und komplett lächerlich. Ihr könnt ja eure Wertungen dazu gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und dann geht das Ganze hier nämlich weiter. Die Mehrheit hatte sich ja dazu ausgedrückt. Und so wichtig kann die Ordnung aber nicht sein. Denn zumindest wenn es nach den Grünen in Mülheim geht. Wir sehen in dem Überkleben des Begriffs Ordnung kein Konterkarieren unseres Europawahlprogramms, meint der örtliche Kreisverband. Und ich sehe das definitiv. Ich sehe das definitiv. Ich glaube den Grünen gar nichts. Denn wenn man sich auch die anderen Plakate anguckt, und ich habe mir das mal rausgesucht, hier sehen wir einige der Europawahlplakate, nur Demokratie schafft Freiheit. Das ist richtig. Was genau haben die Grünen jetzt damit zu tun? Hier ein NAZI wieder mal mit der üblichen Methodik, wird hier wieder vorgegangen, Angst schüren und ähnliches. Dann hier Klima schützen, Wirtschaft stärken. Ihr wisst schon, dass wir so viele Firmen haben, wie seit 15 Jahren nicht dieses Land verlassen. Dass wir beispielsweise Miele haben, die die Produktionsverlager mit 2700 Mitarbeitern nach Polen gehen. Nachweislich, ja gut. Werte verteidigen, Frieden schützen. Mittlerweile auch anders hier. Nicht mehr keine Kriegs- oder keine Waffen in Kriegsgebiete. Da hat man sich jetzt hier mal aktualisiert. Für Menschenrechte und Ordnung, das Plakat von eben. Für Einkommen, mit denen alle auskommen. Wie ist das? CO2-Steuer beispielsweise. Nur mal um so eine Frage zu stellen. Da sollten wir doch eigentlich was zurückbekommen. Haben wir bis heute nicht. Okay. Demokratie heißt Antifaschismus. Europaweit. Ich frage mich immer, warum die alle hier auf ihren Plakaten von Europa sprechen. Was hat diese Wahl mit Europa zu tun? Die Europäische Union, die liegt in Europa. Das ist richtig. Das ist ein Kontinent. Aber es wird keine Politik für Europa gemacht, durch die Europäische Union und bei der Europawahl. sondern für die Europäische Union. Hier wird wieder mal klar, ganz klar etwas vermengt. Aber mein Lieblingsfavorit ist eigentlich dieser hier. Wohlstand erneuern. Und dann Robert Arbeck. Was soll ich denn dazu noch sagen, Leute? Das ist einfach nur Knaller. Das ist wirklich krass. Ein starkes Europa bedeutet ein sicheres Deutschland. Guckt euch meine anderen Videos hier in dem Kanal mal an. Europas Freiheit verteidigen. Verteidigt man das, indem man anderen Ländern den K-Punkt erklärt? Fragezeichen. Die hatten wir gerade alle. Ja, die hatten wir. Das waren die Plakate der Grünen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich solch ein Special machen soll für auch andere Parteien. Dann gucken wir uns gerne mal an, wie die sich darstellen, was die machen. Ich habe jetzt hier bei mir in der Region schon sehr viele CDU und noch mehr SPD-Plakate gesehen. Ein paar von der Alternative für Deutschland hängen ja auch in der Gegend. Von den Linken habe ich komischerweise noch gar nichts gesehen. Von der Volt habe ich schon ein paar gesehen, die wirklich ganz primitiv sind, wie ich finde. Ja, und die SPD-Plakate finde ich auch krass, weil die werben eigentlich nicht mit ihrer eigenen Leistung, sondern, und das sieht man ja bei den Grünen auch, dass man überall diesen bösen Rechtsruck verhindern möchte. Um was anderes geht es ja eigentlich gar nicht. Das scheint offensichtlich gerade aktuell im Fokus zu stehen. Schreibt eure Meinung unten rein, was haltet ihr davon? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten und ciao.